Hast du auch schon einmal diesen Ratschlag gehört? Denk an das Leben, das du dir wünschst. Visualisiere, wie es aussehen soll. Fühl dich richtig rein und dann sei bereit zu empfangen. Und vielleicht kennst du das auch. Wenn du dich zwar an diese Empfehlung hältst, aber trotzdem nichts passiert. Kein Traumpartner, kein neues Haus und auch nicht der gewünschte Reichtum. Und ich will ganz ehrlich zu dir sein. Viele Millionen Menschen haben es bereits ausprobiert, sind dabei gescheitert und haben es wieder aufgegeben. Doch ich muss dir sagen, dass dieser Ratschlag sehr wohl funktioniert. Nur gibt es ein großes Problem dabei. Welches das ist und wie du es lösen kannst, das besprechen wir heute.